Das Fliegel QuickLock System spart Zeit, Geld und erhöht den Komfort. QuickLock von Fliegel ist die Lösung für Gardinensattelauflieger, die unter hohem Zeitdruck eingesetzt, häufig be- und entladen werden und deren Plane dementsprechend oft geöffnet und geschlossen wird. Das Prinzip Unter der Ladefläche ist eine mit Haken versehene Welle montiert. Die Schlaufen der Planenverschlüsse werden einfach in die Haken eingehängt, anschließend wird die Welle mittels eines zentral in der Fahrzeugmitte angebrachten Hebels gedreht. Die Haken ziehen die Schlaufen nach unten, die Plane wird gespannt. An den Schlaufenenden sitzen dreieckige Ösen mit unterschiedlich langen Schenkeln. Durch manuelles Drehen dieser asymmetrischen Dreiecke vor dem Einhängen kann der Spannungsgrad der Plane vorgegeben werden, den QuickLock erzeugt. Vor dem Entladen können alle Verschlüsse ebenfalls mit nur einem Handgriff geöffnet werden, indem die Welle in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Alle Verschlüsse fallen aus den Haken, die Plane kann sofort geöffnet werden. Der Zeitvorteil liegt auf der Hand. Fliegel geht von einer Ersparnis von bis zu 50% beim Öffnen und 33% beim Schließen der Plane aus, die sich mit dem Planenzentralverschluss erreichen lässt. Im Videovergleich eines Trailers mit und eines ohne QuickLock betrug die Zeitersparnis für das Öffnen der Plane 25 Sekunden. Bei angenommenen 1000 Öffnungsprozessen innerhalb eines Jahres gewinnt der Transporteur kostbare 7 Stunden Zeit, also fast einen kompletten Arbeitstag. Vor allem Transporteure, die mehrmals täglich be- oder entladen müssen oder Ladeareale mit begrenzter Aufenthaltsdauer anfahren, profitieren erheblich davon. Bestes Beispiel ist der Automobilsektor, in dem buchstäblich jede Sekunde zählen kann. Außerdem hilft die Innovation QuickLock, Treibstoffkosten zu senken. Verschlussschnallen stehen nicht mehr hervor. Es entsteht eine ebene Planenfläche, die geringerer Verschmutzung ausgesetzt ist. Der Luftwiderstand des Trailers und der Dieselverbrauch sinken. Das QuickLock-System von Fliegel steuert 22 Haken, die der Plane eine deutlich höhere Stabilität verleihen und für mehr Transportsicherheit sorgen als Vorrichtungen anderer Hersteller, die lediglich vier Verschlusspunkte besitzen. QuickLock arbeitet komplett mechanisch und ist dadurch nicht störungsanfällig. Reparaturen sind praktisch ausgeschlossen. Fliegel bietet seinen Planen-Zentralverschluss seit 1994 an, mit Erfolg. Die Konstruktion hat sich in der Praxis bewährt und sorgt für große Zufriedenheit bei den Kunden, die diese Fliegel-Idee verwenden. Transporteffizienz made by Fliegel. Mit seinem QuickLock-System liefert der Fahrzeugbauer eine clevere Idee, die den Fahreralltag bequemer macht und die Wirtschaftlichkeit von Transporten steigert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017